Wie stelle ich fest, ob mein Rentenantrag beim Rentenversicherungsträger tatsächlich eingegangen ist? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage bekommen von einem Deutschen, der in Lima, in Peru lebt. Und der will zum 1.7.2021 seine Altersrente in Anspruch nehmen. Und er hat in der Deutschen Botschaft in Lima am 15. April einen Rentenantrag eingereicht. Und er hat bis heute noch keine Rückantwort von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahnsee, kurz gesprochen KBS, erhalten, dass der Rentenantrag auch tatsächlich eingegangen ist. Und er ist sich überhaupt nicht sicher, ob der Rentenantrag da auch wirklich bei der Deutschen Rentenversicherung eingegangen ist. Auch die Deutsche Botschaft habe ihm wohl keine Bestätigung der Antragsannahme ausgehändigt. Mein lieber Landsmann, also wenn das so ist, dann kann ich nur eins empfehlen, so machen wir das im Regelfall. Den Telefonhörer in die Hand nehmen, entweder mit der Deutschen Botschaft nochmal in Lima reden und nachfragen, ist denn der Rentenantrag an die Deutsche Rentenversicherung gegangen, an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahnsee. Wenn nein, dann muss er sich eigentlich gar keine Sorgen machen, denn dann muss er nur fragen, habt ihr meinen Rentenantrag aufgenommen? Ich brauche dafür eine Bestätigung. Dann gilt nämlich der Rentenantragstermin 15.04. als Rentenantrag bei der Deutschen Botschaft in Lima. Für alle Auslandsdeutschen, die irgendwo auf unserer schönen Welt leben, die müssen sich da gar keine Gedanken machen. Wenn sie also beim Deutschen Konsulat oder in der Botschaft in Lima oder in Washington einen Rentenantrag stellen, dann gilt ab dem Tag der Rentenantrag als gestellt, auch wenn der Rentenantrag noch nicht von der Botschaft zur Deutschen Rentenversicherung weitergeleitet worden ist. Aber das Wichtigste ist, sie brauchen dafür natürlich irgendwie einen Nachweis, am besten einen schriftlichen Nachweis. Telefonhörer in die Hand nehmen, Druck machen, bei der Deutschen Rentenversicherung KBS anrufen und wenn alles nichts hilft, schieben sie einfach einen Rentenantrag nochmal per Fax hinterher. Faxadressen sind grundsätzlich im Internet zu erkennen, die können sie online abrufen von den Deutschen Rentenversicherungsträgern und schicken sie einfach nur einen formlosen Rentenantrag raus mit dem Fax-Sendebericht und dann läuft das alles. Unsere Erfahrung ist, wir arbeiten nur mit abgeschickten Rentenanträgen über Fax-Sendebericht. Alles andere ist höchst problematisch bei der Deutschen Rentenversicherung. Wir haben es eine ganze Zeit lang auch via Mail ausprobiert. Dort wurden diese ganzen Rentenanträge in einen entsprechenden Sammelordner gesammelt und kein Mensch konnte die dann nachher mehr zuordnen und die Leute haben sich einfach nur gewundert, wo unsere Rentenantragsformulare bleiben, die wir ja eigentlich schon per Mail zugeschickt haben. Also Faxen oder eingeschriebener Brief, ob sie pünktlich bewilligt wird, ist noch eine völlig andere Frage. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.